Da sind wir wieder in noch eine Folge mit Eve Valkyrie. Hallo. Diesmal spielt Daniel und ich kann mir das Ganze mal ein bisschen entspannter angucken, hier im Doppelbildschirm. Und ja, wir haben immer noch das Wraith-Schiff. Und wir liegen weit vorne mit 46 zu 28 Punkten. Und da spawne ich mich jetzt rein in dieses Match. Siehst du, jetzt sind da zwei von diesen Launch-Tubes freigeschaltet. Da oben ist noch eine zweite. Ah, okay. Ja, gut. Vielleicht sind das besser und ob das wirklich mit den 20 Launches sind oder ob du einfach quasi dann vier Versuche hast. Wer weiß. Also das muss man sich dann mal in Ruhe angucken. Boah, bist du bescheuert. Das ist ja geil. Boah, ist das krass. Das sieht ein bisschen aus wie die Maps von dem Strike Vector. Krass. Was mir gerade ein bisschen abgeht, sind Gegner. Stimmt. Aber du wolltest ja auch mal eine Karte zum Ruhigen, dich umschauen. Gut, bis die auftauchen, weil ich sehe sie gerade echt nicht. Das sind Schiffswerften. Schau mal, hier liegen die Schiffe drin, die gebaut werden. Kannst du ja auch ein bisschen umschauen. Ah, hier ist was los. Genau, ich versuche jetzt mal hier durchzufliegen. Können mich mal, dann müssen sie Kampf alleine gewinnen. Wir liegen eh weit vorne. Das, wenn man mir damals gezeigt hätte, also während diesem Flug durch die Behemoth in Wing Commander 3. Hieß die Behemoth? Diese fliegende Waffe? Also diese Riesenkanone? Diese Riesenlaserkanone, ja. Meine Fresse. Es zuckelt ein bisschen. Es kann daran liegen, dass wir gleichzeitig mehrere Aufnahmestreams laufen haben. Ich fand es aber eines der flüssigsten Spieler noch, die wir gespielt haben. Und es hat schon ein extremes Mittendrin-Gefühl, trotzdem gerade bei den Planeten wirkt er wirklich noch so ein bisschen so Tapeten-mäßig. Aber okay. Da ist auch eine Tapete, oder? Das ist nicht als 3D-Objekt richtig drin. Genau. Ja, für alle die, die in der letzten Folge nicht aufgepasst haben, wir bieten auch dieses Video in zwei Varianten an. Nämlich einmal in 3D mit doppeltem Bildschirm. Das könnt ihr, wenn ihr ein 3D-Fernseher habt, oder eine Google Cardboard oder Gear VR einfach dann auch in 3D so sehen, wie ich das sehe. Moment, das habe ich in der letzten Folge auch nicht aufgepasst. Das habe ich eigentlich mitbekommen. Man kann das mit einem 3D-Fernseher, kann ich mir das da achten? Ja, das schon. Also mit dem Side-by-Side-Ding. Es sieht dann allerdings aus wie ein Spiel auf dem 3D-Fernseher und nicht ganz so krass wie für mich jetzt. Also du bist dann, wenn du es auf dem 3D-Fernseher siehst, nicht so mittendrin. Aber du hast es auf jeden Fall räumlicher als... Dann kann ich das ja zu Hause mal ausprobieren. Ich habe ja ein 3D-Fernseher. Du kannst es auch so schon ausprobieren. Du kannst es dir zum Beispiel auf dem Handy anschauen und dann diesen Shield-Trick machen. Den Shield-Trick? Den Trick, wo man zum Beispiel auch früher in den 90ern diese magischen Auge-Bilder angeschaut hat, diese Stereogramme. Dass man erst nahe hingeht und so. Da gibt es ja diese komischen Methoden. Ach, du meinst Shield im Sinne von, ich gucke nicht recht. Genau. Ah, ich habe gedacht, der Shield im Sinne von, da werden Marvel-Helden gesammelt. Nein, nein. Aber ich bin gerade irgendwie sehr schlecht. Muss ich sagen, ich kenne mich auch gerade nicht so gut aus. Es ist auch jeder in einem Spiel besser als ich. Aber das ist ja wirklich... Au, jetzt bin ich tot. Das ist ein sehr günstiger Hinweis. Das muss ich zu Hause gleich mal ausprobieren. Genau. Also man kann es in 3D spielen und wer lieber mein halbes Gesicht sehen will, der kann sich die Variante mit halber Bildschirm, spielhalber Bildschirm, ich anschauen. Die jeweiligen Links findet ihr unter diesem Video. Jetzt werde ich gleich nochmal reingespawnt, aber das Match dauert eh nur noch 20 Sekunden. Ich bin schon wieder total übermüdet, muss ich dummerweise gestehen. Schau mal, Gameswelt ist auch am Start, ne? Ach, Gameswelt Live. Gameswelt Live, oh je. Und ja, ne, aber wir gewinnen. Eat this, Gameswelt. Schönen Gruß an die Kollegen hier in München. Und jetzt pulverisiere ich euch zu Asche. Oh, das war's. Was denn? Ist das vorbei? Das Match ist oder was? Ach, das war ganz schön spät reingekommen. Aber schöne Karte, also Raum-Docs finde ich immer sehr, sehr, sehr hübsch. Man stelle sich sowas eben vor, nicht unbedingt als reines Multiplayerspiel, sondern als wunderschönes Kampagnenfeld. Kampagnen-Spiel, Rewards, ne, gibt es diesmal nicht so viele. Kampagnen, weil... Oh, schau mal, ich hab null Punkte. Nur böse Menschen sollen Kampagnen kriegen, scheinbar. Space Monkey, hm. Das macht keiner. Aber stell dir mal vor, die, das würde ich auch total gerne mal machen, die Raumstation von Star Trek 3. Und Star Trek 2, diese große, gewölbte, die so nach unten gezogen ist, wo die Enterprise so reinfliegt, das einfach mal so auf einer Brücke sich anzugucken, wie das dann, wie man da durchkommt. Oder auch diese Station von Starship Troopers, wo die Schiffe ja mehr oder weniger auf der Außenhaut liegen. Ja, oder eben die beliebte Forderung, die jedes Mal kommt, wenn wir ein Weltraumspiel spielen, bitte gebt uns endlich ein X-Wing mit VR. Ja, was sich vom Original X-Wing aber gleich mal überhaupt nicht unterscheidet, außer in der Grafik. Ich würde wahnsinnig werden. Ja, jetzt können wir uns noch 71 Sekunden unterhalten, bis das nächste Match startet. Ich wollte aber auch was sagen, aber ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen baff mit der 3D-Fernseher-Geschichte, muss ich zu Hause unbedingt tatsächlich mal ausprobieren. Ich habe den 3D-Modus damals bei meiner Playstation 3 ein bisschen benutzt, aber dadurch, dass die Auflösungen immer so niedrig waren, kannst du das ja nicht lange spielen. Nee, da wird einem ja, das ist ja, das trägst ja nicht. Das kommt, finde ich, aufs Spiel an. Ich habe es vielleicht schon mal in einem Let's Play erzählt, Killzone soll ja ganz gut gewesen sein, was ich, was ich, Klasse fand, oh, jetzt hat sich irgendwie, jetzt bin ich auf einmal in meinem Körper drin, das gefällt mir gerade nicht so gut. Du wolltest ein Spiel haben, wo man im VR im Körper drin ist, Entschuldigung. Ja, aber ein anderes, ich wollte ja ein, da habe ich übrigens letztens mir mal richtig Gedanken drüber gemacht, ich muss das unbedingt mal pitchen, vielleicht baut es ja einer für mich, die Reise ins Ich-Spiel, wie perfekt das wäre, mit Bildungseffekt. Das wäre echt gut. Naja, ähm, was wollte ich sagen, Star Wars, X-Wing. 3D. Ah ja, genau, was total geil ist in 3D ist zum Beispiel dieses eine Sly, Thieves in Time. Ach, jaja. Das funktioniert super und durch diesen Comic-Look, jaja, das ist richtig geil, das Spiel und sieht in 3D total nett aus. Das macht, das habe ich glaube ich auch noch, das war nochmal bei Plus dabei, oder? Ja, ja, ja. Ach, cool. Probier das mal aus in 3D, aber halt auf der PS3 dann, auf der 4er geht es ja noch nicht. Oder geht? Letztens mal, ähm. Was ist mit dem Battle, also? Ich habe letztens mal Free Space 2 in emulierten 3D versucht. Mhm. Das geht auch so ein bisschen, also, das macht ja dann immer nicht viel, aber es hat sich trotzdem ganz cool angefühlt. Aber da fehlte so ein bisschen das Cockpit. Ach, siehst du, ich muss mit Schleichfahrt mal ausprobieren, ob das auch geht. Aber ich glaube, das kann er nicht, weil das, ähm. Auch Schleichfahrt wäre ein Spiel, was perfekt für VR geeignet ist. Ja, nochmal diese Demo, diese Unterwasser-Demo. Ja, Typ Echo, die könnt ihr auch bei uns im Kanal sehen. Wer ansonsten wissen will, was wir in letzter, oder was wir überhaupt so gespielt haben, was wir davon am besten fanden und warum, der kann sich einerseits natürlich all unsere VR-Videos anschauen, andererseits kann er sich auch das Special auf der Gamester durchlesen, wo wir die wichtigsten Sachen zusammengefasst haben. Ich denke, wir werden das um Yves auch noch ergänzen. Schau mal, da sitzen sie alle. Ich glaube, wir können das hier in ein paar Monaten auch nochmal als Zusammenfassung machen. Ich meine, wenn man so einen kleinen Überblick hat, was gibt es denn so ungefähr? Also alles an Demos, die besten, die haben wir jetzt tatsächlich dann schon bald gespielt. Aber jetzt kommt ja... Das sind nicht mehr so viele, aber jetzt geht es ja eigentlich erst richtig los. Jetzt geht es erst richtig los und jetzt ist das Ganze auch ein bisschen weniger Geschiss, weil jetzt das alles auf die finale Hardware entwickelt wird. Bei den bisher erhältlichen Demos war es ja immer so, dass du verschiedene Firmwares verwenden musstest für die Rift und dann zeigt das eine Spiel... Ich kann das mal drücken, dann... Achso, meinst du? Ah, stimmt. Und das eine zeigt es dann eben so Halb-Halb-Bild an, so wie hier. Und ich sitze echt ein bisschen in meinem Körper drin. Wow, bist du bescheuert? Oh Mann. Haha, das ist schon cool. Ich sitze echt ein bisschen... Das ist so ein bisschen wie hier die Überreste von dieser Großschlacht. Oder hier die zigtausende Euro vernichtet wurden. Und mit was? Mit Recht. Eve ist ja allgemein ein ganz schönes Phänomen. Ich spiele es ja selber nicht, aber... Das ist schon crazy, was... Wie... Aber ich kann es gar nicht groß erzählen. Erzähl du mal was über Eve. Was weißt du über Eve? Ich weiß gar nicht so wahnsinnig viel über Eve, weil wie gesagt, ich habe es mehrmals immer wieder versucht. Ich glaube, ich habe viermal versucht, es zu spielen. Und habe aber immer wieder aufgehört... Wow, oh Gott, ach nee, du. Jetzt haben sie mich voll erwischt. Ich habe geschossen. Ja, ich sitze so tief. Ich sehe nicht so viel. Weil ich eher der... Ich bin... Ich komme eher so aus der Wing Commander X-Wing-Welt. Und das ist... Das konnte mir Eve nicht so richtig geben. Die Sachen, die Eve wiederum richtig gut macht, also das Ganze mit der Community, auch mit der Wirtschaft und so, sind beides Sachen, die mich nicht interessieren. Die Wirtschaft in... Auch so in so Privateer-Spielen zum Beispiel fand ich klar, am Anfang hat man so ein bisschen so die Handelsmission gemacht. Aber den Teil fand ich eigentlich immer öd. Auch oft, weil sie von der Steuerung oft nicht sonderlich gut gemacht haben. Wenn man sich mal die X-Spiele anguckt, die machen das zwar auch umfangreich und viel, aber eigentlich völlig schizophren, dass du das alles so aus dem Cockpit von einem Raumschiff heraus steuerst. Statt da irgendwie so eine zweite Menü-Ebene aufzumachen, dass du so eine Art, wie so einen vielleicht virtuellen Schreibtisch hast oder so. Das... Ich weiß nicht, da wollten sie ja bis heute keinen Kompromiss eingehen zu. Und daher hat mir das nur... Boah, das ist doch fies. Ich war immer eher so der Story-Missionen-Spieler, Kampagnen-Missionen-Spieler, Space-Opera-mäßig. Ja, ich auch. Das ist halt meine Welt. Das erfreut mich auch. Und ich habe aber schon lange keine mehr gespielt, die mir richtig gefiel. Nee, den wollte ich. Es gibt auch keine. Das letzte, was ich gespielt habe, war Dark Star One und das fand ich echt ganz geil. Das finde ich, wurde mir nach einer Weile zu schnell, zu sehr das Gleiche immer. Ja, so lange habe ich es halt nicht gespielt, das ist der Trick. Immer die Sachen nur so lange spielen, wie sie geil sind. Und wenn es nur eine Stunde ist, aber dann hast du wenigstens eine geile Stunde gehabt. That's what she said. Ich will auf jeden Fall, dass X-Reburst nochmal die Kampagne spielen, wenn jetzt das 4-0-Update draußen ist. Weil es, wie gesagt, ist inzwischen eigentlich ganz ordentlich spielbar. Und da hat man wenigstens noch ein bisschen Kampagne-mäßig. Dann kommt ja dieses Jahr hoffentlich Squadron 42. Und... Da bin ich ja gespannt. Ja, meine Salvation ist ehrlich gesagt immer wieder das Retro-Spielen. Ich habe jetzt Schleichfahrt zum Laufen gekriegt, vernünftig. Da freue ich mich drauf. Und es gibt zum Glück echt viele Kampagnen, auch so Mod-Kampagnen für die Spassel. Wieder voll erwischt. Aber es stimmt schon, es ist echt ein bisschen schade, dass aus diesem ganzen... Also, dass diese ganze Generation Action-Flug-Simulation tot ist. Also, dass da nichts mehr passiert ist. Naja, es kann ja sein, dass VR, das ganze Genre wiederbelebt bei VR wird, die ersten Jahre sehr viele Schwierigkeiten haben mit der Steuerung von Figuren im Raum. Ob aus Ego-Sicht oder aus Third-Pherson geht es ganz gut. Aber das ist natürlich jetzt nicht dieser Ich-bin-da-drin-Effekt, sondern ich bin halt, wenn dann der Beobachter, der irgendeine Figur beim Spielen so sieht. Und deswegen, weiß ich nicht, sind ja alle Genres oder alle Cockpit-Genres perfekt für VR. Ob jetzt Mech-Simulation oder U-Boot oder Raumschiff oder... Wenn Mech-Simulation wieder zurückkommt... Oder Auto. Achso. Jetzt bin ich nochmal tiefer, mein Gott. Nicht Multiplayer, weil das ist wiederum... Also, davon hast genug. Ja. Star Conflict zum Beispiel, was eigentlich ein überraschend solides Spiel geworden ist über die Zeit. Gibt es auch mit VR übrigens so eine Experience, die haben wir nur noch nicht ausprobiert. Von Star Conflict. Ja, ist auch bei ShareOculus dabei. Ich weiß aber nicht genau, was das ist. Das können wir uns nochmal anschauen bei Gelegenheit. Cool. Das ist eigentlich ganz nett, das Spiel, aber es ist halt auch wieder... Es ist auch alles wieder Multiplayer. Oh Mann, ey. Ja, ich habe es echt nicht besonders gut im Griff. Oh, bleib hier. Das hat uns aufgefallen, das ist eigentlich erstaunlich wenig so richtig klassische Cypher. Beispiele gibt. So richtig, richtig durch und durch Sci-Fi. Und dass das ein bisschen Klischee und Unsinn-Aussage ist, wenn man so gesagt wird, ja, wir wollten nicht den klassischen Sci-Fi-Alien-Shooter machen. Leute, show me the Alien-Shooter, der irgendwo in letzter Zeit mal aufgetaucht ist, außer tatsächlich Alien. Aber es gibt es eigentlich gar nicht groß. Generell, der Schlauch-Shooter ist fast tot. Gibt es gar nicht mehr. Also, bis auf Call of Duty passiert da gar nichts mehr. Ich hätte nichts gegen den klassischen schönen Schlauch-Shooter mal wieder einzuwenden, wenn die gut umgesetzt sind. Kein Problem. Auch hier wieder das, was wir dir in der Folge fordern, Maschinen-Games macht ein Dark Forces. Ja, hallo. Das wäre der Wahnsinn. Das wäre echt der Wahnsinn. Das würde mich interessieren, aber es wäre der Wahnsinn. Ich könnte mir mal ein bisschen planvoller überlegen, ob er eigentlich meine Raketen abbekommt. Wow, was ist denn hier los? Wow, krass. Geil. Aber da hat sie einen reingespunkt. Aber apropos Dark Forces, dieser Dark XL-Mod wird weiterentwickelt. Ach so. Und da freue ich mich total drauf, weil die war irgendwie zwei Jahre lang bei der Stößtand. Und jetzt bauen sie es weiter und dann kriegt man Dark Forces, das alte Dark Forces, nochmal in schöner, neuer Grafik. Und das alleine ist ja schon ein Grund, sich das nochmal anzuziehen. Ich versuche mal den Gems-Welt-Leute zu finden. Oh, ja. In der nächsten Runde versuche ich mal die Kollegen von Gems-Welt abzuknallen. Die Todeszene finde ich ganz hübsch gemacht. Das kann man... Zum Eifrieren. Kann man machen, ja. Ach Mist, noch drei Minuten, jetzt liegen die vorne. Ich bin echt übel. Warum bin ich denn so schlecht? Weiß nicht, vielleicht spielst du sowas nicht oft genug. Ich spiele sowas fast nie. Es gibt ja sowas auch nicht mehr so viel. Und ich sitze halt auch so tief, ich sehe nur die Hälfte. Das ist aber tatsächlich jetzt so, das Fadenkreuz wird vom Cockpit jetzt verdeckt, ne? Also nicht richtig eingestellt. Komischerweise passiert das im Menü automatisch. Ich stelle mal den Sitz hoch. Ja, dann bin ich aber nicht mehr im Bilde. Aber man kann es aufschalten, sogar durchschalten? Welche Tastas? Ja, mit Y. Oh. Das war im Tutorial, oder? Vergessen nicht. Möglich. Hab ich vergessen. Ach, Sci-Fi ist einfach geilstes Zeug. Was willst du denn? Oh, das hängt mir irgendeinem. Ich bin ja gerade mit totaler Begeisterung. Das war in der Homeworld. Aus dem Universum könnte es mir auch wieder ein Spiel geben. Weltraum-Sumulation. Da ist ja sogar eine Action-Weltraum-Sumulation in einem Macher, die so ein bisschen aussieht, die Homeworld, von der hat man mal vor einer Ewigkeit berichtet. Ach so? Mhm. Das soll noch kommen. Mein Gott, wie oft ich sterbe. Und dann gibt es auch noch dieses, wo auch ein Deutscher mitarbeitet, dieses kleine Wing-Commander-ähnliche Projekt mit den Sprite-Schiffen. Mhm. Das mit dem merkwürdigen Namen. Wings of St. Nasser. Ja. Genau. Da soll es hoffentlich demnächst auch sehr schöne Nachrichten geben. Ich tippe darauf, dass sie vielleicht einen Publisher gefunden haben oder vielleicht doch eine Kickstarter-Kampagne starten. Das wäre super, weil da war die Demo schon der absolute Wahnsinn. Das hat der Stil so geil. Ja, das hat der echt einen tollen Stil. Schauen wir, was da passiert. Ja, hier bin ich wirklich ein bisschen gespannt, was sie vielleicht als Singleplayer-Inhalt... Vielleicht machen sie wenigstens so Bot-Kämpfe oder sowas. Dass man da ein bisschen was in der Bildung machen kann. Wie gesagt, große Story-Sache würde ich jetzt nicht erwarten. Was ich aber ein bisschen merkwürdig finde, ich hätte gedacht, dass sie für die Alpha wenigstens diesen Level, den wir auf der Gamescom gesehen haben, machen würden. Weil der war... Wo, hier jetzt? Für EVE Online, äh, für EVE Vakery. Weil so nett wie das ist, jetzt hier um die Schiffe so rumzufliegen, dieser Demo-Level, den sie auf der Gamescom gezeigt haben und den man da ausprobieren konnte, der war nochmal ein Eckchenwein. Ich bin echt schlecht. Ja, weil der viele geskriptete Momente drin hat oder startet man als kleiner Jäger zwischen vielen Raumschiffen, die noch... Es könnte sogar sein, dass das vor dem Feld war, was wir jetzt hier sehen. Also, dass das quasi das Trümmerfeld ist von der Schlacht, die man in dieser Gamescom-Demo gespielt hat. Das ist gut möglich, ja. Ähm, weil da sind lauter Großkampfschiffe um einen herum rum geflogen und dann, also man war quasi Teil von einer Flotte, aber so ein Begleitjäger. Und dann sprangen plötzlich gegnerische Schiffe rein, also eine gegnerische Flotte und auch richtig so dieses, wie man es aus dem Film kennt, das könnten sogar so eine, so eine Art von Schiffen gewesen sein. Jetzt haben wir um einen Freak verloren, kurze Fix, Halleluja. Ähm, die kam also so richtig so dieses Wuff und plötzlich stand dann so ein riesen Schiff vor einem und man staunte da so rum und dann flog man gegen, ähm, gegen KI-Schiffe. Und da war auch die Stimme von der, von der Starbuck-Darstellerin dabei. Die war, entweder war die unsere Co-Pilote oder unsere, ich glaube, die war unsere Squad-Leaderin. Also die Gamescom-Welt-Leute sind sehr gut gewesen. Die haben, glaube ich, gerade auch gestreamt. Die haben auch geübt und außerdem haben die auch gecheatet und sind überhaupt total unfaire Spieler. Ne, wie gesagt, nochmal für die Grüße. Ähm. Ja, ne. Ich weiß nicht, was es noch gibt hier in der Demo. Ich würde mich jetzt eigentlich ungern nochmal abschlachten lassen. Können wir noch einmal das Menü. Ja, wir haben einen Rumlauf-Modus. Ja, ich glaube nicht. Sich die Stationen mal in Ruhe angucken. Mit vast narrative. Das hat ja Eve inzwischen, ne, das ist, was zumindest in deinem, in deinem Quartier rumlaufen kann, so viele Stationen. Mehr aber, glaube ich, jetzt noch nicht. Aber ich glaube, da habe ich jetzt natürlich keine gemacht. Sie wollen da ja immer noch ein bisschen weiter dran bauen. Genau, ich gehe jetzt mal in den Hangar zurück. Also hier ist mein Schiff. Customers haben wir alle schon gesehen. Launch-Tube. Was gibt es hier? Pilot-Krummelfritz. 5000 Kröten haben wir. Ja, haben oder nicht haben. Ich fände es eh cool, wenn sie das ganze Universum, so vom Schiffdesign und so, das ist total geil. Ja. Ich fände es schön, wenn es da vielleicht noch einen anderen Ableger von Geber ist. Es gibt zwar dieses Dust. Wenn wir in die Chronicles schauen. Hier gibt es nämlich zum Beispiel, also das sind diese verschiedenen Maps, konnten wir immer noch nicht gesehen und so. Wir haben jetzt Shipyard gesehen und Necropolis. Die habe ich auch schon mal gesehen und die beiden bisher noch nicht. Ich weiß nicht, ob die bei Zufall ausgelost werden. Und was eben schade ist, jetzt gehe ich zum Beispiel mal hier in Cathedral. Und da sehen wir jetzt eben Coming Soon, Defeating Enemy Wave Survival und Scout Explore Freely Without Fear of Attack. Das würde ich jetzt noch gerne machen. Das geht aber noch nicht, leider. Okay. Ich weiß auch nicht, ob die das in der Alpha oder in irgendeiner Beta-Phase dann noch freischalten werden. In der Version geht es jedenfalls noch nicht. Was sehr schade ist, weil wir euch die jetzt ganz so noch gerne gezeigt hätten. Aber gut, ich denke, wir haben einen ganz guten Eindruck gekriegt, was hier schon drin ist, wie immersiv das ist. Jetzt habe ich die ganze Zeit erzählt, bewegt den Kopf nicht so ruckartig und ich bin selber so drauf. Aber man ist schwer, das quasi abzustellen, wenn man ja doch die ganze Zeit am gucken ist. So, in diesem Sinne. Ach siehst du, da kann ich die Belegenheit nutzen, um... Ganz kurz, für alle, die vielleicht auf der Suche nach einer neuen Sci-Fi-Fernsehserie sind, sucht man nach The Expanse, eine neue Fernsehserie von Sci-Fi. Wer Star Citizen und EVE Online und sowas alles mag, der könnte damit echt glücklich werden. Die ist sehr cool. Okay. Und mal ein bisschen Werbung für machen. Na gut. Dieser Beitrag wurde nicht bezahlt für The Expanse, das ist also freiwilliger Basis passiert. Bis zum nächsten Mal bei GameTube Goes VR. Mit oder auch nicht mit Eve Valkyrie. Tschüss. Macht's gut.